Servus Leute was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich diese scharfen Nudeln probieren. Die kennt ihr sicher. Die sollen ja sehr scharf sein. Die werde ich heute probieren. Wir werden sehen ob sie wirklich so scharf sind. Bis später. Die schwarzen habe ich ja schon probiert. Ja die waren schon scharf aber das ging noch. Und die sollen noch schärfer sein. Ich bin gespannt. Ich bereite sie jetzt mal vor. Die Nudeln sind jetzt da drin bleiben. 5 Minuten. Und dann kommen diese scharfen Saucen dazu. Bin gespannt. Die Nudeln sind fertig. Ich muss nur noch die Saucen dazugeben jetzt. So soll ja die scharfe Saucen sein. Okay. Okay. Das ist gut. Ich muss die Nudeln lassen. So sieht das jetzt aus, wenn gesperrt Leute. Ok, los gehts. Wie ist jetzt? Nichts. Ich probiere mal die Soße. Ich finde es nicht so scharf. Aber vielleicht kommt das noch. Noch nicht überzeugt, bin enttäuscht. Die Schärfe kommt im Nachhinein. Ok, jetzt spürt man schon alles. Schon scharf, wenn ich so übertrieben schaue. Es brennt im Bauch. Es ist schon leer. Aber jetzt noch ein bisschen Soße. Sonst habe ich alles geschafft. Ich glaube ich trinke die Soße auch aus. Die Schärfe kommt halt im Nachhinein. Ja Leute, die Schärfe spürt man im Nachhinein. Es brennt im Bauch, Mund. Schaut mal meinen Mund an, schaut das aus. Aber sonst geht es. Aber an die Kinder nicht nachmachen. Das ist schon scharf. Ich würde sagen, probiert das selber aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.